Einer von vielen. Hier lang. Was meinst du damit, ein Durchgang? Wo willst du hin? Komm, ja, hier lang. Was kommst, Doc, über deinen Finger sagte? Gibt es hier eine Antwort? Hier runter. Hierher, Booker. Hier sind wir richtig. Wieso? Was ist denn los, Elisabeth? Was meinst du damit, ein Durchgang? Ich muss es dir zeigen. Das werde ich vermutlich bereuen. Eine Stadt auf dem Meeresgrund. Lächerlich. Sieh dir das an. Tausende Türen. Alle öffnen sich gleichzeitig. Mein Gott, wunderschön. Was, die Sterne? Komm. Komm, es ist hier lang. Komm. Kriegst du sie auf? Es geht nicht. Verdammt. Ich dachte, wenn wir erst hier sind, habe ich die volle Kontrolle. Ich dachte... Was ist das? Ein Schlüssel. Wo kommt er her? Er war schon immer da. Ich... Ich konnte ihn nur nicht sehen. Siehst du? Keine Sterne. Das sind Türen. Nach... Nach überall. Man braucht es sich nur aussuchen. Was sind das alles für Leuchttürme? Wieso sind wir... Wer... Es gibt eine Million, Millionen Welten. Alle verschieden. Und alle ähnlich. Konstante und Variablen. Was? Da ist immer ein Leuchtturm. Da ist immer ein Mann. Immer eine Stadt. Vorher weißt du das? Ich sehe sie durch die Türen. Dich. Mich. Columbia. Songbird. Aber manchmal... Ist etwas anders. Konstante... Und Variablen. Ja. Da. Das sind wir. Nicht direkt. Wir schwimmen in verschiedenen Meeren. Landen aber an derselben Küste. Am Anfang steht immer ein Leuchtturm. Kapier ich nicht. Ist auch nicht nötig. Es passiert trotzdem. Wieso? Weil es so ist. Und immer war. Und sein wird. So viele Möglichkeiten. Sie führen uns alle zum selben Ort. Wo es anfing. Niemand sagt mir, wohin ich gehe. Bokka. Das ist schon geschehen. Ja. Ich bin ja. Ich bin ja. Das ist schifzen. Ich bin ja. Alles. Moment mal. Das kenne ich hier. Hier war ich schon mal. Das muss jetzt 20 Jahre her sein. Gleich noch wundert nie. Ich suchte damals... Komm nun. Die Zeit sie drängt. Warum warst du hier? Bist du bereit, deine Vergangenheit auslöschen zu lassen? Deine Sünden zu tilgen? Wiedergeboren zu werden? Nimm meine Hand. Nein. Nein, ich will nicht. Aber du hast es schon getan. Nicht? Bist du bereit für die Wiedergeburt? Ja. Verabscheust du deine Sünden? Ja. Verabscheust du deine Schlechtigkeit? Ja. Möchtest du reinen Tisch machen? Alles, was du warst, hinter dir lassen und wiedergeboren werden im Blute des Rammes? Ja. Jesus, wasche diesen Mann rein. Vater, lass ihn wiedergeboren werden. Herr. Schloss. Was soll denn das? Gehen Sie weg. Sohn. Sohn. Du hast es nicht getan. Du denkst, einmal untertauchenden Fluss macht meine Taten ungeschehen? Verschwinden wir. Pass auf, diese Türen da, das sind alles Risse, oder? Öffne einen. Ein nach Paris. Ich will bloß hier raus. Erst müssen wir Comstock finden. Comstock ist tot. Nein. Er war hier. Hier lang. Und meine Schulden? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Dieser Mann hat mich beauftragt, dich zu finden. Wirklich? Ja. Mädchen gegen Schulden. Moment, warte. Das stimmt nicht. Was ist das? Da war kein... Da war kein Baby. Das weiß ich. Nein, da war kein Baby. Und wenn doch, dann würde ich es niemals diesem Kerl geben. Bukka, du verlässt diesen Raum erst, wenn du es tust. David, die Zeit wird langsam knapp. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Na los. Nein. Du kannst warten, solange du willst. Am Ende wirst du ihm doch geben, was er will. Woher weißt du das alles? Ich kann alle Türen sehen. Und was hinter all den Türen ist. Und hinter einer von ihnen, sehe ich ihn. Comstock. Was habe ich für eine Wahl? Die Schuld ist beglichen. Mr. Comstock spricht Sie von Ihren Sünden frei. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Da war kein Baby. Ich sollte lediglich nach Columbia, um dich rauszuholen. Bukka, du blutest. Nein. Ich weiß doch, woran ich mich erinnere. Wir haben ihn verwirrt. Was jetzt kommt, wird seine Laune vermutlich auch nicht verbessern. Komm. Was wollen wir hier? Comstock ist tot. Wir können nur unsere Leben weiterleben. Du musst nicht... Tot? Du meinst wie Chen Lin? Wie Lady Comstock? Nein. Er lebt in einer Million. Millionen Welten. Es ist nicht vorbei, weil der Prophet tot ist. Vorbei ist es erst, wenn er gar nicht erst gelebt hat. Ich spiel nicht mehr mit. Hört hier. Sie sind ziemlich instabil. Ich steig aus. Es geht schon. Geht sie zurück. Es geht schon? Spinnst du? Gib sie mir wieder, du Schwein. Es ist vorbei. Los. Was? Nein. Nein, nein, nein. Sie sind hier. 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 Los. Geht mir meine Tochter zurück. Nein. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, Anna. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, Anna. Es tut mir so leid, dass sie funktioniert. Aber funktioniert eher. Anna. Anna. Es tut mir so leid, Anna. Denkst du, er hat sich gebrannt, um Buße zu tun? Verstehe ich nicht. Was war, das war? Was war, das wird sein. Sein Brandmal ist sein Kreuz, wie er unseres ist. Und hüten Sie die Schuld. Und hüten Sie uns die Kleine. Und hüten Sie die Schuld. Und hüten Sie uns die Kleine. Siehst du, er reimt sich seine Geschichte zusammen. Und hüten Sie die Schuld. Du bist ja sehr stolz auf deine Theorie. Er fabriziert neue Erinnerungen aus seinen Alten. Tja, das Gehirn passt sich an. Ich kenne das. Und hüten Sie uns die Kleine. Und hüten Sie. Bukka, wach auf. Bukka, wach auf. Hier hat es angefangen. Ich hab dich verkauft. Ich hab dich verkauft. Für sie spricht, sie wollten sich rausfinden aus dem Geschäft. Es ist alles Comstocks Schuld. Was, wenn ich zurückgegangen wäre? Ihn getötet hätte. Vor all dem. Dann geraten Dinge in Bewegung. Woher weiß man denn, wie weit man zurück muss? Es gibt nur eine Möglichkeit. Ich muss in die Zeit seiner Geburt und das Schwein in seiner Krippe ersticken. Bukka, bist du sicher, dass du das willst? Ich muss es tun. Nur so kann ich alles ungeschehen machen. Bukka, David, bist du bereit für die Wiedergeburt? Wieso sind wir wieder hier? Das ist nicht derselbe Ort, Bukka. Aber natürlich, ich erinnere mich. Moment. Bist du bereit, alles, was war, zurückzulassen? Du bist nicht. Wer bist du? Du hast dich entschieden zu gehen. Aber in anderen Meeren? Eben nicht. Du hast dich taufen lassen. Und du wurdest als ein anderer wiedergeboren. Komm, Stork. Das alles muss enden, damit es nie beginnt. Nicht nur in dieser Welt, sondern in allen. Ersteck ihn in seiner Krippe. Ersteck ihn. Ersteck ihn. Ersteck ihn. Bevor die Entscheidung fällt. Bevor du wiedergeboren wirst. Welchen Namen nimmst du an, mein Sohn? Er ist Zachary Comstock. Er ist Bukka DeWitt. Nein. Ich bin beide. Er ist Bukka DeWitt. 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 I'll make you so sure about it, God only knows what I'd be without you, without you. And if you should ever leave me, though life would still go on, believe me, the world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do God only knows what I'd be without you Oh, I may not always love you But long as there are stars above you You never need to doubt it I'll make you so sure about it God only knows what I'd be without you 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 All my brothers, sisters, cry. What a home so sad and lonely. And then it's missing the next line. That's what I'm saying. Like, this is the second, that's the third, that's the fourth. But then, I don't think that's supposed to say lonely. Probably lonely. We'll get the actual one. Can we run it through this video over there? There are loved ones in the glory Whose dear forms you often miss When you close your earthly story Will you join them in their place? Will the sorrow be unbroken By and by, oh by and by There's a better home awaited In the sky, Lord, in the sky In the joyous days of childhood Are they told of one Yes, Lord, Jesus, 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 Jesus And he pointed to the giant Savior Now they dwell with him above Will the circles be unbroken Amen. 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 That's it. Do you think that this one should be like slowed down a little bit since it's the last verse? You can do that. Otherwise it's just like an abrupt ending, right? So what I want to do, you guys are really, really, really good. What I want to do is make it worse. I want to take the tempo down a little bit if we can. And sort of start by finding, like Booker, if you could just be sort of like picking away the beginning first and then sort of start to play the song. And maybe then you guys kind of find the tempo together a little bit. I want it to feel, you guys are so excellent and professional. No, it won't be like that. I want to make it sound like it's not like, you know, Sheryl Crow and Eric Clapton in a session. He gets Eric Clapton, I get Sheryl Crow. Who do you want, Joplin? Rip. Yeah. Joplin. Xtina. Give me seal out. Pretty spares and seal. Anna. Anna? 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 Bist du das? For a bit. A Lady of a Cat combustible music. Pります. A Lady of a Cat